Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Interludium, einem kleinen Let's the Play, und zwar wie wer hier? Ich bin der Librarian, also derjenige, der hier die Lösung für irgendwas hat, so wie es den Anschein hat, sind hier überall kleine Clues versteckt. Und auf der anderen Seite haben wir den Mattis, den haben wir dann noch auf der anderen Seite des Mikrofons. Over. Roger, Roger. Over. Den muss ich nämlich durch diverse Sachen schicken. Was hast du denn vor dir? Wie kann ich dir helfen, mein Lieber? Over. Also, ich habe vor mir eine Wand, auf der steht mit Blut oder irgendetwas Rotem, was verwischt zumindest, geschrieben The Answer Lies. Und auf der anderen Seite sind verschiedene Symbole. Das ist... Warte mal, ich habe hier ein Buch... Hast du bei dir irgendwas mit verschiedenen Symbolen, Chris? Over. Ich muss... Ich habe hier vor allem erstmal ein The Answer Lies, hast du ja gesagt, mit Blut. Und ich habe hier ein mit Blut geschriebenes Between the Eyes. Over. Weil meine Symbole liegen zwischen zwei Augen, die auf den Säulen links und rechts davon sind. Haben die Augen verschiedene Farben? Over. Die Augen sind beide rot. Ich wiederhole, beide rot. Over. Kannst du mit den Symbolen irgendwas machen? Over. Ich kann die anklicken. Die Steine reindrücken. Over. Also, ich habe hier eine Karte, die verschiedene Kombinationen... Also, alle Kombinationen an verschiedenen Augenfarben zeigt. Und zwischen zwei roten Augen habe ich hier einen Kreis, der ge-ixt ist. Kein Sternchen, sondern einfach bloß zwei Striche, die ge-ixt sind. Und auf der anderen Seite, rechts daneben, eine Art kurzes Brecheisen. Also, aus drei Strichen. Unten ein schräger Strich, dann nach oben ein schräger Strich und dann wieder nach rechts unten ein schräger Strich. Ähm... Ja. Over. Okay, dann tippse ich jetzt einfach mal diese beiden Symbole an. Over. Ich habe einen Erfolg bekommen. Over. Hat sich geöffnet, Christian. Over. Ich bin in einem Raum mit ganz, ganz vielen Kerzen. Das ist richtig romantisch hier. Das ist so romantisch, dass hinter mir gerade die Tür krachend ins Schloss gefallen ist und jetzt eine Ruhe tickt, die gar keinen Zeitdruck macht. Over. Kerzen, sagst du? Gibt es noch irgendetwas außer Kerzen? Over. Oh, warte. Ich habe hier auch noch einen neuen Raum. Sekunde. Da sind Bilder. Over. Christian, hier wispert was. Over. Ich habe hier Bilder mit Tieren und darunter jeweils drei Symbole. Over. Pass auf, ich habe hier ein Bild mit Tier an der Wand. Es ist ein... Es ist ein... Es ist eine Mischung aus Schwan und Ziege mit einem weißen Schafskopf und vielen Federn und vorne hat es so gelbe Füße. Schwan und Ziege, weißer Schafskopf... Warte mal, ich habe hier nämlich alle möglichen Kombinationen. Es hat nicht zufälligerweise ein Schneckengehäuse. Nein, das wäre mir aufgefallen. Okay, dann glaube ich, ich habe das, was wir brauchen. Over. Lammkopf, der sitzt auf so einer Art Schwanenhals. Die Vorderfüße sind gelbe, so wie Vogelfüße mit drei Zehen. Die Hinterläufe sind, ich würde sagen, ziegenartig, so eine schwarze Ziege. Dann hat es zwei Flügel mit weißen Federn. Ich kann ja nicht sagen, welches Tier das ist. Das ist aus wie eine Gans. Und ein Schwanz, der ist ganz in weiß. Sieht aus wie Faunenfedern, aber komplett ohne Farbe, sondern alles ganz in weiß. Over. Ich habe das Tier gefunden. Over. Unter dem Tier sind drei Kartuschen, in die ich verschiedene Symbole stecken kann. Hier neben mir ist so eine Pinnwand quasi mit verdammt vielen Symbolen drauf, die alle merkwürdige Assoziationen wecken. Ja, ich habe die drei Symbole hier und kann sie dir gleich beschreiben. Sekunde. Over. Na, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Over. Also, das erste Symbol ist wie eine freudige Katze. Du hast oben den Kopf aus einem, wie so eine Art, ja, liegender Drachen. Und da zwei Dreiecke als Ohren obendrauf und dann unten ein Strich, wo zwei Ärmchen abgehen. Das ist das erste Symbol für ganz links. Das Symbol ist eingesetzt. Over. Das zweite Symbol ist eine Schildkröte auf einem Spieß. Over. Sehr treffend beschrieben. Over. Ich nehme das zweite Symbol. Ja, hast du es eingesetzt. Over. Das ist eingesetzt. Over. Sehr gut. Over. Das dritte Symbol, meine ich. Es ist etwas schwieriger zu beschreiben. Ähm, es ist ein Dreieck, das nach unten zeigt und von unten trifft ein Pfeil nach oben an den Punkt, wo das Dreieck nach unten endet. Und dazwischen ist praktisch wie so eine Gerade von links nach rechts abgegrenzt von zwei Strichen. Over. Ich habe den X-Wing gefunden und setze ihn jetzt ein. Oder so. Oh, wir sind die Mythbusters. Over. Und ich höre ein böses Monster, das mich verfolgt. Die Tür ist jetzt wieder geschlossen. Ich bin in einem Raum, in dem das Wasser steigt. Oh, fuck. Das Wasser steigt. Und hier sind Rohre. Ich eile, ich eile. Ich habe hier einen neuen offenen Raum und muss hier einmal ganz weit runter gehen. Over. Ich sehe hier drei... Oh Gott, ich sehe hier drei... Äh... Äh... Rohre in gelb, rot und blau. Over. Was siehst du in gelb, rot und blau? Over? Ähm... Na, so Verschlussrädchen für Rohre. Soll ich irgendwas drehen? Soll ich irgendwas machen? Over? Also... Auf der Tür steht in grün das Wort Purple. Warte, was? Auf der Tür hier unten steht in grün das Wort Purple. Das ist der einzige farbcodierte Hinweis, der in diesem ganzen verfickten Raum ist. Over. Ich habe hier gelb, blau und rot. Was kann man... Purple... Purple kann man ja aus blau und rot machen. Und grün aus... Aus... Was kann man grün machen? Grün machst du aus gelb und blau. Blau. Ah, dann wirst du vermutlich blau brauchen, wa? Weil das in beiden drin ist. Oh... Das ergibt Sinn. Vielleicht sollte ich blau einmal drehen. Bitte, ich ertrinke nämlich gerade... Ich habe blau gedreht. Ist was passiert? Nein, nicht das geringste, Over. Vielleicht sollte ich jetzt noch einmal... Rot drehen. Ich habe blau und rot gedrückt. Ich bin gerade fast zertrunken, aber ich bin durch die Tür durchgekommen, Over. Die Funkverbindung wird schlechter, Over. Verstehst du mich noch, Over? Ja, ich kann dich hören, Over. Ich bin jetzt in einem Raum mit einem Hebel, der vor einem Tor ist. Ich ziehe einfach mal an dem Hebel, Over. Okay, ich habe mich durch das erste Schalterrätsel durchgemogelt, Over. Und stehe jetzt auf einem Kompass. Der Kompass ist nach Norden ausgerichtet. Und an der Wand steht, wieder ganz charmant mit Blut, Bring down the Guiding Light. Bring down the Guiding Light? Ich habe einen Hackel ausgemacht. Jetzt ist es gruselig und dunkel bei mir. Ich gehe weiter, Over. Guiding Light. Ich bin in einem sehr verzweigten Netzwerk aus Gängen. Over. Habe relativ wenig Hinweise. Warum sage ich Over, wenn ich noch gar nicht Over bin? Egal. Vor mir ist ein Bild mit einem Pudel. Der Kopf ist ein Kerzenleuchter. Du hast Over vergessen. Ja, Over. Christian, hast du irgendetwas an... Ja, Sekunde, Sekunde. ...die du mir geben kannst. Over. Ich habe hier einen Kronleuchter, den ich runter machen kann. Und dann leuchten hier Sachen. Auf einer Karte. Dafür müsste ich wissen, wo du bist. Kannst du zurück zum Anfang gehen, Over? Ich bin zurück am Anfang, Over. Over. Dann geh jetzt geradeaus, bis eine T-Kreuzung kommt. Over. Der Anfang ist de facto eine T-Kreuzung. Wunderbar. Dann hast du links eine Treppe und rechts einen Gang, oder? So sieht's aus. Over. Dann geh bitte nach rechts und noch einmal nach rechts. Und dann ist da ein Raum. Da müsste sich etwas befinden, wie eine Art Schlüssel auf einem kleinen Tisch. Äh, hier befinden sich ein Tisch drin, der ist leer. Aber ich habe einen blauen Hebel, den ich ziehen kann. Over. Zieh den blauen Hebel. Hebel ist umgelegt. Over. Dann geh wieder zurück, bis zu dem Anfang. Over. Bin am Anfang. Over. Dann links die Treppe hoch, dann weiter rechts. Links die Treppe führt nach unten. Oder runter halt. Ja. Oh Gott. Christian, vor mir ist irgendwas auf dem Boden langgekrabbelt. Over. Ja, perfekt. Bist du weiter geradeaus? Yes, Over. Bist du weiter geradeaus gegangen? Ja, ich stehe im Bild mit einem Hund, der sabbert. Gibt es da eine T-Kreuzung? Kannst du dann nach rechts und dann nach links? Exakt. Kann ich machen. Mach das mal. Dann müsste da irgendwo in dem Raum, der dann kommt, ein grüner Hebel sein. Jesus Christus, hier ist das komische Vieh im Bild krabbelt. Ich bin in deinem Raum, der da vorne ist der grüner Hebel. Kannst du aus dem Raum raus weiter? Gibt es da noch den Weg? Äh, ich kann aus dem Raum rausgehen, durchaus, ja. Versuch erst einmal bitte den grünen Hebel. Habe den grünen Hebel umgelegt. Hat sich der Ausgang verschlossen? Der grüne Ausgang hat sich verschlossen. Over. Dann musst du jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen bis zu dem blauen Hebel und den noch einmal betätigen. Zurückgehen zum blauen Hebel und den noch einmal betätigen, ja. Korrekt. Roger. Over. Irgendjemand hat die Fackeln am Anfang wieder angemacht. Over. Einfach ignorieren. Was soll schon passieren? Over. Schön, dass du optimistisch bist. Habe den blauen Hebel jetzt so umgelegt. Over. Dann aus dem Raum bitte wieder raus und diesmal nach rechts weitergehen und dem Gang folgen. Bist du dir sicher, dass ich das will? Over. Naja, es ist der Weg nach draußen. Over. Weg nach draußen klingt gut. Over. Du müsstest dann in einen Raum kommen. Mit mehreren Abzweigungen. Over. Bin in dem Raum mit mehreren Abzweigungen. Over. Einmal rechts die Treppe nehmen. Da müsste eine grüne Tür sein. Die ist offen. Dann befindet sich in dem Raum ein roter Hebel. Den bitte betätigen. Over. Das ist mir zu dunkel. Over. Das ist mir zu dunkel. Over. Das muss gemacht werden. Over. Roter Hebel ist betätigt. Over. Zurück gehen und den blauen Hebel betätigen. Over. Bitte was? Ich soll jetzt den ganzen Weg zurück und nochmal den blauen Hebel betätigen? Over. Korrekt. Over. Korrekt. Over. Hoffentlich finde ich da wieder hinten. Over. Bei meiner Orientierung ist das ja gar nicht so, äh, gar nicht so. Over. Der blaue Hebel, das ist noch nur ein Gang. Over. Steh vor dem blauen Hebel. Habe den blauen Hebel betätigt. Over. Nun zum grünen Hebel gehen. Over. Weißt du noch, wo der ist? Ich würde sagen, ja. Also raus aus dem blauen Hebelraum. Links entlang. Die Treppe nehmen. Dann weiter. Geradeaus. Rechts entlang. Und dann bist du in dem Raum. In dem Boot. Statusbericht, bitte. Over. Äh, bin jetzt gleich in dem Raum, glaube ich. Over. Korrekt, Hebel betätigen und dann links daneben durch den grünen Gang gehen und dann sofort links den Ausgang benutzen. Checkpoint reached, over. Sehr gut, wir haben es geschafft. Ich bin hier draußen auf einem Schachfeld. Es ist Schnee rundherum, es ist bitterkalt und sehr, sehr laut, over. Ein Schachfeld. Ich guck mal, ob ich irgendwas finde. Schau du dich mal um, over. Also, zusätzlich dazu habe ich hier so irgendeinen komischen Generator, der rot blinkt. Und an der Seite ist eine Druckanzeige, würde ich sagen. Ich habe hier einen Hebel und kann den Generator anwerfen. Oh, ich habe hier ein... Kannst du den mal anschalten, den Generator? Ich habe hier nämlich ein Filmabspielgerät, so ein altes. Und habe da auch schon eine Platte aufgelegt, die da heißt World's Greatest Chess Moves. Ich glaube, das könnte es sein, over. Habe den Generator mit einem kleinen Minispiel starten können. Das hat hier leider nichts aktiviert. Ich kriege den... Dingsy hier nicht zum Laufen, glaube ich, den Spieler hier. Ich schaue mal, vielleicht entdecke ich noch was. Ich glaube, ich bin am Ende tot. Bitte was? Meine Sicht friert immer weiter ein. Wir haben also Zeitdruck, oh. Kannst du nicht wieder ins Warme gehen? Ich kriege hier den Generator nicht an. Äh, nicht den Generator, sondern den Plattenspieler. Kann leider nicht zurück ins Warme, over. Es geht nicht. So. Bitte was? Sichtfenster auf zwei Dritteln des Bildschirms. Es geht nicht. Sichtfenster auf einem Drittel. Christian, du musst den Generator anschalten, indem du dreimal hintereinander die Nadel in dem kleinen grünen Bereich zum Stoppen bringst. Over. Also, ich habe keinen Generator. Ich habe hier nur so einen Filmspieler, aber der geht nicht an. Ich drücke na E, aber es passiert nichts. Dann finde irgendwas anderes, Christian. Over. Ich schaue mich nochmal etwas um. Over. Lass dir ruhig Zeit. Over. War der Plan. Over. Wenn du draußen qualvoll erfrierst, dann tut mir das sehr leid. Das können sie mir dann auf meinen Grabstein meißeln. Over. Christian, ich sehe fast gar nichts mehr. Wenn das nochmal passiert, habe ich gefrierbrannt und bin tot. Over. Over. Gibt es hier noch irgendwas, was ich drücken kann? Es gibt hier nichts, was ich noch drücken kann. Versuche mich am Generator zu rubbeln, aber es funktioniert. Ich sehe ich, was ich noch mal. Ich sehe mich nochmal. Ich sehe mich noch Christian, ne Lösung des Problems wäre ideal, over Meine Mechanik springt nicht an Over Untertitelung des ZDF für funk, 2017